Hallo und Willkommen! Es ist soweit, es ist Superbowl Sunday, das bedeutet heute Abend ist der Superbowl, beziehungsweise heute Nacht. Und ich habe mir überlegt, wir machen heute deswegen eine kleine Superbowl Challenge und der sieht wie folgt aus. Ich habe den Leuten versprochen, in den Mami-Klannen es gibt eine kleine Überraschung und deswegen gehen wir da jetzt erstmal... Ich bin so blöd, ich muss erstmal... Wir sollten vielleicht erstmal aus dem Clan rausgehen, bevor man in den nächsten Clan hineingeht, das wäre natürlich sehr schlau. Also, ein Football-Field beim American Football hat 120 Yards. Allerdings habe ich mir gedacht, 120 Pokale in 10 Minuten, das ist ein bisschen wenig, deswegen machen wir 1800. Ist die magische Grenze, die wir knacken müssen, also 1800 Pokale. Das sollte eigentlich funktionieren, ich habe einen Schub drin. Timer habe ich auch gestellt, ich hoffe, man sieht das auch gescheit. Habe den Hut auf! Also, ich habe jetzt nichts anderes gefunden, was einem Football-Trikot nahekommt, deswegen habe ich einfach das AS-ROM-Trikot angezogen. Das ist soweit, das nächste, was ich habe... Hallo, 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 hallo! Moment, hallo, hallo, hallo! Hallo! Was, was stand da noch? Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir legen los. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, wir haben nicht so viel Zeit, hoffentlich klappt das mit den Einblendungen. Also, Moment. Moment, 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 Moment. Drei, zwei, drei, zwei, eins, los. So. Kein mal läuft. Alles klar. Nein, jetzt habe ich auch noch so eine Kackbase. Äh, okay, okay, wir haben Glück, wir haben Glück, wir haben Glück. Wir haben Glück, wir haben Glück, wir haben Glück. Ja, es geht darum, 1800 Pokale zu erreichen in 10 Minuten. Das ist natürlich eine schwierige Aufgabe. Jetzt sind wir gerade mal bei 1587. Ich wurde nicht ansatzweise so oft angegriffen, wie ich das erwartet hatte. Ein bisschen komisch war das schon. Ja, so sieht das aus. Und ja, Super Bowl, das größte Sportereignis der Welt mit Abstand. Also, ja, vielleicht nicht mit Abstand, aber es ist schon das größte Sportereignis. Supercell hat dieses Jahr, glaube ich, keinen Werbespot in der Halbzeit. Äh, ja. Und ansonsten nehme ich jetzt gleich mal irgendwas mit, was halt sehr, sehr viele Pokale hat. Ja, komm, ey. Ja, komm, nehmen wir jetzt mal mit. Hat zwar nur 20 Pokale, aber ich weiß jetzt nicht, was ich sonst noch machen soll. Lol, mein Warden ist gar nicht mehr da. Den hat es schon zerrissen. Ich habe sechs. Warum habe ich denn so viele von... Ja, genau, habe ich noch... Das ist ein Zauber noch verwurschtelt. Okay, das wird, glaube ich, eine schwierige Challenge werden. Ich habe das jetzt schon so im Gefühl, dass es eine schwierige Challenge wird. Alles klar. Alles klar. So, da schon mal zwei hin. Äh, da auch noch mal welche hin. Okay. Da wollen wir hoffen, dass es soweit Funktionuckel kommt. Ähm, ich will eigentlich nicht so viele Truppen noch setzen, aber ich muss, damit wir da mal ein bisschen in die Pötte kommen. Ähm, ich hätte sechs Frees dabei. Mach mal die sechs Frees-Zauber. Mann, was soll das denn? Ja, der hat noch die Geschenke vom... Der hat noch die Geschenke vom... vom Geburtstag. Das bedeutet, der hat hundertprozentig seit dem Geburtstag von Clash of Clans... Das war ja, ähm, Mitte letzten Jahres, ne? Mitte letzten Jahres war der... Ja, oder? Nee, 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 nee. Oder? Nee, der fünfte Geburtstag war ja schon 2017. Das heißt, er hat seit 2017 nicht gespielt. Bedeutet, so ein Spieler ist auch in der Gegnersuche. Okay, jetzt alles rein. Alles rein, was geht. Bitte gib mir Truppen. Gib mir einfach Truppen. Gib mir irgendwas. Gib mir irgendwas an Truppen. Ich brauche ganz schnell irgendwas. Ansonsten billig wäre das Standardzeug aus. So, allerdings noch ein paar Baby sind ja... Alles, 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 was geht. Komm, alles rein jetzt hier. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, absolut keine Zeit zu verlieren. Wir müssen ein bisschen ranklotzen. Es sind noch... Oh, noch fast 200 Pokale. Leck mich am Arsch. Entschuldigung. Leck mich nicht am Arsch. Leck mich nicht am Arsch. So, äh, mal gucken. Wie viel Zeit habe ich überhaupt noch? Oh, hier ist er natürlich so weit. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Der ist gut. Der ist gut, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Der ist gut. Moment, wir haben noch 7 Minuten 20. Komm. Oh, Mann. Nein, der One ist noch auf Luft. Leute, unbedingt gleich dran erinnern, dass ich den One umstelle. Und dann sagt nochmal ein, ich hätte keine Ideen, oder? Irgendwer schrieb unter das letzte Video, du hättest keine Ideen. Dann schrieb irgendwer anderes, aber du hast doch deinen Kommentar unter dem letzten Video gelöscht und den anderen so, upsipupsi. Oh, es mangelt meistens, das kann ich ja mal sagen, nicht an den Ideen, sondern eher an der Zeit. Also, wenn man täglich eine Clash-of-Glans-Folge macht, oder vielleicht auch täglich zwei Clash-of-Glans-Folgen macht, dann ist es meistens so die Sache, dass dir dann die Zeit fehlt, doch großartig was vorzubereiten, so wie jetzt. Also, jetzt habe ich gerade Zeit, für mich ist jetzt noch Samstag, für euch schon Sonntag. Ich habe jetzt Zeit, das vorzubereiten, ich kann mich da in aller Ruhe darauf konzentrieren. Okay, ich nehme mal eben mit. 29 Pokale. Ding, 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 ding. Klingeling, 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 hier kommt der Eiermann, zack, zack. Wann sich selbst lachen, wenn ich das höre. So, eigentlich mal drei und vier im Sinn. Ach, Zauber, endlich mal. Wir helfen ein bisschen aus mit den Zaubern. Ja, es muss halt schnell gehen. Es muss jetzt ein bisschen schneller gehen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen ranklotzen. Deswegen setzen wir jetzt auch direkt auf das Gebäude. Ja, komm, Zauber sind mir jetzt auch erstmal egal. Hauptsache, es geht halt wirklich schnell. Wir müssen möglichst schnell alles kaputt machen hier. Nein, ich hätte sie noch boosten sollen. Ich hätte die Helden noch boosten sollen. Die haben wir noch. 5 Minuten 51 haben wir noch Zeit. Oh, bitte, lass es klappen. Bitte lass es, bitte lass es funktionuckeln, Mami. Bitte lass es, bitte lass es, bitte lass es klappen. Komm. Ah, hier kriege ich 29 Pokale. Wir haben noch 5 Minuten. Ich gucke immer mal wieder auf mein Handy. Nicht wundern, wenn ich mir ein bisschen links rüber gucke. Beziehungsweise für euch, glaube ich, rechts rüber. Es ist nach 5.30 Uhr. Ich lege das jetzt mal nach dort, dann sehe ich das. Ja, okay. Bestimmt viele Truppen verschenkt, aber ist okay. Ey, der Loot geht ja sogar. Selbst der Loot geht ja sogar. Ich werde auf jeden Fall auch heute Abend noch, für euch ist es Sonntag, für mich ist ja wie gesagt Samstag, werde ich auf jeden Fall heute Abend noch in so einem Clan bleiben. Wieder sehr nette Leute, die Mitglieder. Es ist halt der Vorteil bei den Mitgliedern ist, dass es halt dann meistens immer die gleichen Leute sind, beziehungsweise dieselben Leute. Deswegen kenne ich halt viele von ihnen schon, also ich kenne eigentlich alle vom Namen her, deswegen ist das immer besser. Aber so, hallo. Der Hansi ist auch da und der Alphanoa und die Queen Ostara. Und haben wir deine Truppen? Nicht ansatzweise genug. Aber das ist mir jetzt egal. Moment. Das boosten wir mal eben. Ich muss echt mal ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Es sind nämlich noch einige Pokale, die wir noch holen müssen. Das dürfen wir uns jetzt nicht, dürfen wir uns jetzt nicht so sicher fühlen. Okay, du gehst erst mal auf Boden, Kollege. Und weiter geht's. Nein. Wir brauchen am besten irgendwie so, am besten natürlich Rad aus draußen. Das fände ich natürlich der absolute Jackpot. 34, okay. 34 Pokale. Alles klar. Felsenwerfer an den Start. Nein. Ich will die Riesen haben. Natürlich. Ich will die Riesen haben. Ring, ring. Wut-Zauber-Druf. Noch einen von denen. Ja, setzen wir ruhig mal einen hinterher. So. Ja, war blöd. Absolut blöd von mir jetzt gerade das zu frieseln. Was habe ich denn überhaupt in der... Die Frage ist, was habe ich überhaupt in meinem Felsenwerfer drin? Ah, Riesen, okay. Wir müssen uns jetzt echt beeilen. Es sind noch 3 Minuten 55 und ich muss noch... Den ein oder anderen Angriff muss ich noch hinkriegen. Komm. Gegnerischer König. Komm, Beeilung. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt schlau wäre, bei zwei Pokalen aufzugeben. Äh, bei zwei Sternen. Ich glaube aber schon. Naja, wir geben auf. Der Mehrwert wäre jetzt hier nicht gegeben. Oh, das schaffe ich niemals. Das schaffe ich niemals. Das schaffe ich doch niemals. Das schaffe ich nicht. Das werde ich nicht schaffen, das alles auszu... Ich weiß aber gar nicht, was für Truppen ich ausbilden soll, ehrlich gesagt. Damit wir das überhaupt noch schaffen. Das wird niemals funktionieren. Das wird niemals funktionieren. Ach komm, ey, komm. 3 Minuten 15 noch, okay. Rache wäre vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen, aber ich war ja so weit unten in den Pokalen. Das bedeutet, bei der Rache werde ich überhaupt niemanden finden. Also, wenn ich jetzt von, sagen wir mal, ich wäre von Titan League runtergedroppt oder von Champions League oder so, dann hätte ich die Challenge dann jetzt gemacht. Dann hätte das funktioniert. Okay, den hier. Ja, damit müsste ich meine Helden opfern. Ich kann jetzt nur versuchen, ganz schnell noch irgendwie zu probieren. Ja, noch irgendwie ein Rathaus draußen oder so. Oder ihn hier vielleicht. Ne, auch nicht. Oh Gott. Wie viel habe ich noch? Moment. 2,40. Das wird nichts. Das wird eine schwierige Challenge, die ich, glaube ich, verlieren werde. 2,35. Ich muss zwei Angriffe nur hoch. Aber ich habe ihn auch nicht mehr mit zwei. Ich werde ihn ja nicht mehr mit drei Angriffe auch nicht schaffen. Ich glaube, 1800 war ein bisschen, ein bisschen hochgegriffen. Ich glaube, das war ein bisschen hochgegriffen. Jetzt kriege ich zwar hier nochmal ein paar Pokale, aber das werde ich dann auch nicht mehr schaffen. Ja, komm, 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 komm. Das wird nicht reichen. Ja, gab mal fünf Pokale. Und wir haben gerade mal 39 Truppen. Wobei, ich kann sie auch gemmen. Warum warte ich denn überhaupt? Ich kann sie doch auch gemmen. Jetzt haben wir zwar nicht mehr viel Zeit. Jetzt läuft mir die Zeit sowieso weg. Aber ich hätte sie doch auch gemmen können. Ich hätte sie doch auch fertig gemmen können. 15 Pokale. Das wird nichts. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Ach, Mann. So nah dran. Na, 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 dran war ich eigentlich nicht. Na dran war ich eigentlich nicht, Baby. Sind dann welche eigentlich ziemlich weit weg. 34 Pokale. Also schaffe ich das? 1 Minute 37, das wird niemals reichen. Ich kann wegen mir gerne mal die Rache bemühen. Ob es dann was hilft, werden wir sehen. Aber die Zeit, die ich jetzt hier mit der Rache verschwende. Ja, 32 Pokale. Das wird nichts werden. Komm. 23 Pokale. Ja, wir müssen uns, glaube ich, damit abfinden, dass wir es nicht geschafft haben. Da kann ich aber gleich wenigstens noch den Leuten erstmal richtig Hallo sagen hier. Ja. Ist zwar eine geile Base, aber... Bringt uns jetzt natürlich auch nur Semi weiter. Oh. Oh, 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 oh. Gigatesla am Start. Gigatesla am Start. So. Neun Pokale. Weiter geht's. Ich will jetzt wenigstens noch die... Also ich will wenigstens noch die 1700er Marke knacken. Also gut, hätte ich die 120 genommen, dann wären wir, glaube ich, bei 1699 rausgekommen. Aber das wäre mir auch... Also wie gesagt, ein Footballfeld ist halt 120 Jahre lang. Aber das war mir ein bisschen zu wenig. Deswegen hatte ich es jetzt realistisch mal auf 1800 als Grenze festgesetzt. Okay, 30. Und das zählt halt der Angriff, wenn ich ihn angefangen habe. Und jetzt haben wir noch 26 Sekunden. Bedeutet, wir nehmen uns doch irgendwen mit viel Loot, den wir noch zerlegen können. Ach Mann, das ist ärgerlich. Solche Niederlagen, die ärgern mich echt ziemlich. Ich liebe diese Folgen, weil es eigentlich immer Spaß macht. Die Zeit geht so schnell rum. Jetzt sieht man es ja auch hier. 10 Sekunden, 9 Sekunden. Jetzt muss ich den ja schon nehmen. Komm! Ja, nehmen wir mit. Ja, es ist ein bisschen ärgerlich. Es ist wahrlich ein bisschen ärgerlich. Ja, 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 ja. Halten wir an. Halten wir an. Halten wir an. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass wir es nicht geschafft haben. Aber was soll ich machen, Leute? Es hat nicht sollen sein. Einfach, es hat einfach nicht sollen sein. Den nehmen wir auch noch mit. Den kleinen Kollegen. So, da drauf. Ja, es wird natürlich jetzt hier noch reichen. Für die drei Sterne. Bedeutet, wir liegen dann bei 33 Pokalen, liegen wir über 1700. Na, immerhin. Also ganz so schlecht war es ja dann doch nicht. Hm, hm, hm. Luftabwehr da vorne. Die holen sich meine Babys jetzt natürlich mal eben. Es war... Es war zu hoch, es war zu hoch angesetzt. Es war zu hoch angesetzt, muss ich sagen. Es war zu hoch angesetzt. Es ärgert mich auch, aber nur gut. Wenn ihr wartet, wenn ihr mir solche Folgen sehen wollt, dann lasst ihr mich mal wissen. Dreimal auf den Helm geklopft. Ja, was soll ich sagen? Es ist... Es hat nicht sollen sein. Sagen wir es doch so. Sagen wir es doch so. Ja, 100% nochmal. Jetzt sind wir bei... Moment, im Moment... 1.715. So viel war es ja gar nicht. 85 Pokale haben gefehlt. Ich meine, gut, das sind noch... Drei Angriffe sind das bestimmt noch. Aber okay. Wir sehen uns später wieder, Leute. Äh, danke schön fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann, ja, bis demnächst. Macht's gut. Schreibt in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Gebt einen Daumen nach oben. Ciao. Bis zum nächsten Mal.